Ich erzähle nicht viel über die IBM, eigentlich gar nichts, sondern ich erzähle Ihnen ein bisschen so einen kleinen Ausblick gebe ich, wo geht es hin in der Nanoelektronik und es sind etliche Dinge sicherlich sehr sehr nah, manche sind sehr sehr fern. Der Vortrag, der ist zweisprachig, die Folien sind auf Englisch und jetzt kommt die gute Nachricht, also die Sprache ist nicht Schweizerdeutsch, die schlechte kommt jetzt, die ist fränkisch. Ich habe den Vortrag genannt, also die Zukunft der Nanoelektronik und was Sie hier sehen, Sie sehen hier die Entwicklung von der Informationstechnologie und aufgetragen sind hier, was man kaufen konnte an Computerleistung pro Sekunde für 1000 Dollar, das waren die guten Zeiten noch, vom Dollar, das war 1998 oder 1999 und das ist aufgetragen logarithmisch und hier über die Zeit, also über 100, 110 Jahre. Und wenn Sie sich das Ganze anschauen, dann hat sich diese Computerleistungsfähigkeit hier um 12 Größenordnungen verbessert. Und wie hat sich das erreicht? Und es steht hier, die Informationstechnologie, die hat sich weiterentwickelt durch Paradigmen-Schifts. Am Anfang hat es nur mechanische Computer gegeben, dann ist der Elektromechanismus geworden, dann jetzt beginnt sozusagen das richtige Elektronikzeitalter mit den Vakuumrühren, diskrete Transistoren und die Periode, die eigentlich jetzt am längsten geht, das ist die integrierte Schaltkreistechnologie. Wir kennen das alles als Mikroelektronik und jetzt geht es über als Nanoelektronik. Und Sie sehen schon, diese Periode oder diese Epoche, die hat den meisten Zuwachs an Effizienz gebracht und hat auch am längsten gedauert und diese wird auch weiterhin gehen. Und insbesondere in diesem Bereich hat sich die Informationstechnologie weiterentwickelt, dadurch, dass man die Information kleiner gemacht hat, also die Bits hat man kleiner gemacht und kleiner ist schneller und was ganz wichtig ist, ist billiger. Über das will ich heute erzählen und der Ausblick steht hier. Am Anfang erzähle ich ein bisschen was über Nanotechnologie, der drüben Spruch von Feynman, plenty of room at the bottom, dann erzähle ich über die Entwicklung und die Wegbereiter der Informationstechnologie, dann erzähle ich über die Halbleiterindustrie, die wir kennen und doch nicht kennen und dann erzähle ich ein bisschen, dann wird es ein bisschen speziell, wie geht es weiter, wie geht es weiter mit der Skalierung, dass Leistungsverbrauch eine wichtige Rolle spielt, das spüren wir jeden Tag und dann kurz neue Methoden, wie man Information speichern und prozessieren kann. Und am Schluss gebe ich einen Ausblick. Fangen wir mal an mit Nanotechnologie. Ja, was ist Nanotechnologie? Vielleicht sollte man als erstes mal sagen, es gibt keine Nanotechnologie, sondern es gibt für jeden Bereich Chemie, Physik, Strukturen, die im Nanobereich sind und die dann für die jeweilige Disziplin als Nanotechnologie betrachtet werden. Und das sieht man schon hier bei dieser Definition von der National Science Foundation. Das ist Forschung und Technologieentwicklung auf einem atomaren, molekularen und makromolekularen Niveau. Und jetzt kommt das Entscheidende. Das ist in der Größenordnung von 100 bis 100 Nanometern. Also da sehen Sie schon mal, was für ein Bereich hier abgedeckt wird. Die Definition, ja, ist nicht sonderlich hilfreich. Kommen wir von der UPS hierhin geschrieben. Die Nanotechnologie umfasst als Wissenschaft der Zukunft alle Bereiche unseres täglichen Lebens. Von der Medizin über die Computertechnik bis zur Weltraumforschung. Wenn sie in den Alltag einzieht, ändert sich äußerlich oft gar nicht so viel. Alles wird nur ein wenig intelligenter. Und das spüren wir heutzutage schon im täglichen Leben. Aber jetzt überlegen wir uns mal, was ist Nanotechnologie. Nano kommt aus dem Griechischen, und ich hoffe, ich spreche das richtig auch, Wawosch. Und es heißt Zwerg. Das ist aber auch keine sonderlich griffige Definition, weil es gibt ja ganz kleine Zwerge, es gibt mittlere Zwerge und es gibt größere. Also das hilft nicht vielen. Und man hat sich festgelegt, dass der Nanometer ist ein Milliardstel Meter. Fragt man einen Chemiker, wie viel sozusagen ein Nanometer ist, dann kann man sagen, ja, es sind fünf, sechs Kohlenstoffatome. Das ist uns auch ein Fehler, aber vielleicht kann man sich das hier vorstellen. Hier sehen Sie das menschliche Haar, typischerweise 30 bis 60 Mikrometer. Also das hier sind 60.000 Nanometer. Und dann stellen wir fest, so ein Nanometer, und das sind die Strukturen, die man in der Halbleiterei bearbeitet, das ist schon verdammt klein. Und was ist die Nanotechnologie? Das habe ich gesagt. Aber das Entscheidende ist, weshalb die Wissenschaftler interessiert sind, das sind, dass einzigartige Phänomene auftauchen und die neue Anwendungsmöglichkeiten ermöglichen. Und ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Als ich 1994 als Gastwissenschaftler in die Schweiz gekommen bin, dann war das mein Bild von Schweizer Banken. Da liegt das Gold unter der Bahnhofstraße und liegt schön fest und es ist richtig schön hart. Schauen wir uns das Gold in Entenhausen an. Dagobaduk schwimmt in seinen Dalern. Also wenn ich der Dagobaduk wäre, ich würde da nicht reinspringen. Weil das ist immer noch verdammt hart bei diesen Größen. Machen Sie aber jetzt Gold immer kleiner im Durchmesser. Machen Sie ganz kleine Goldkügelchen, dann sehen Sie, dass der Schmelzpunkt runter geht und bei solchen Durchmessern wird Gold bei Raumtemperatur flüssig. Das heißt, Sie können schwimmen. Aber passen Sie auf, dass die Teilchen sich nicht bewegen, weil dann verschwindet dieser Nano-Effekt wieder. Also einzigartige Phänomene tauchen auf und die ermöglichen neue Applikationen. Und man kann das ganz populär erklärt, kann man ganz einfach sehen, dass die Oberfläche gewinnt eben mehr an Bedeutung. Nanotechnologie, das ist nichts, was wir jetzt in den letzten Jahren erfunden haben. Nanotechnologie, das verwendet die Natur schon lange. Und was Sie hier sehen, das ist der Flügel von einem Schmetterling oder die Feder von einem Pfau oder den Fußabdruck von einem Gekko. Der Schmetterling und der Pfau, die machen ihre Attraktivität, die kommt nicht über irgendwelche Pigmente. Sondern wenn Sie sich den Flügel anschauen, dann hat er eine Nanostrukturierung, die eine Interferenzerscheinung gibt und ihn so schön ausschauen lässt. Und das Ganze nennen wir evolutionäre Nanotechnologie. Weil auf der einen Seite haben diese Farben, waren natürlich sehr attraktiv für den Partner. Der schönste Pfau hat sich vielleicht am besten weiterverbalanzt. Nanotechnologie, habe ich schon gesagt, ist nicht neu, sie ist alt. Hier sehen Sie die Fenstergläser von der Kirche. Und die sind ungefähr von 1260 sind die hergestellt. Was Sie hier sehen, sind Metallpartikel im Glas. Die Metallpartikel sind sehr klein, Durchmesser 70 Nanometer. Und hier sehen Sie plasmonische Effekte, also die Wechselwirkung von Licht mit den Elektronen in dem Metall. Und das Interessante ist, die Mönche, die diese Fenster hergestellt haben, die konnten diese Partikel gezielt herstellen, weil ansonsten könnten sie nicht die schönen Farben machen, weil die Farben hängen von den Partikeln ab. Jetzt sind wir beim Alltag. Nanotechnologie, sie ist passiv, sie zieht in unser Leben ein, das kennt jeder. Antihaft dank Nanotechnologie. Hier sieht man schon Lotusan, das heißt sich selbstreinigende Fläche. Und da hat man schon den Namen geklaut von der Natur. Nämlich mal den Lotuseffekt nutzen wir aus. Und das sehen Sie hier. Hier sehen Sie einen wassender Wassertropfen auf einer hydrophoben Oberfläche. Und weil das Wasser abstoßend ist, zieht sich die Kugel zusammen. Und weil das eine Nanostrukturierung hat, ist die Oberfläche vergrößert und dann bilden sich Tropfen. Und das bedeutet dann, dass diese Wassertropfen einfach an diesem Blatt herunterlaufen und dadurch reinigt sich das Blatt selbst. Wird heutzutage bei Fenstern angewendet. Dieser Effekt. Oder auch bei Brillenfläsern. Und jetzt ist Nanotechnologie überall. Und Sie sehen sie hier in kleinen Budern, in der Farbe, in der Medizin. Was aber für uns das Wichtige ist und für die Firma IBM, das ist die Nanotechnologie in der Informationstechnologie. Und da nennen wir sie, ist sie aktiv. Und was Sie hier sehen, bloß zwei, drei Beispiele. Ich werde über die integrierten Schaltkreise reden. Und hier sehen Sie also Festplatte und ein Display. Jetzt werden Sie sagen, wo ist bei einem Display, beziehungsweise bei einer Festplatte, wo ist hier die Nanotechnologie. Die Nanotechnologie steckt hier drin in den Bits. Die sind wenige Nanometer groß. Und wenn Sie jetzt mal übertragen. Wenn sich diese Scheibe dreht und da vorne ist der Lesekopf. Und man würde das hoch transferieren, wie genau diese Technologie ist. Der fliegt in 10 Nanometer Abstand über diese Oberfläche. Das würde, wenn wir das Ganze hochskalieren, würde das bedeuten, dass der Airbus A380 in einem Zentimeter über die Erde fliegt bei Vollspeed. So genau ist hier diese Technologie. Bei Bildschirmen, bei Bildschirmen, wo ist hier die Nanotechnologie? Das ist ein Bildschirm, den haben wir zusammen mit unserer Business Unit hergestellt. Das ist ein organisches, leuchtemitierendes Display. Und das ist ein 20-inch Display. Das besteht aus sechs Schichten. Die totale Schichtdäcke ist 150 Nanometer. Und einige Schichten sind ein bis zwei Nanometer. Und über individuelle Schaltkreise, da erzähle ich Ihnen jetzt ein bisschen was. Und als erstes ein bisschen die Evolution. Und ich habe Sie gesagt, ich werde mich auf den Teil vom Vakuum-Tube-Transistor hier beschränken. Was Sie hier sehen, Sie sehen hier den Enyaq-Computer. Der wurde 1946 von der US-Regierung betrieben. Das war der erste Computer, der richtig professionell angegangen wurde. Und der diente Rüstungszwecken. Und der diente zur Berechnung von Flugbahnen. Der hatte riesige Probleme, hatten Sie. Der hatte 17.000 Vakuumröhren. Der Leistungsverbrauch war enorm. Und wenn Sie sich überlegen, was dieser Herr macht. Dieser Herr hat regelmäßig diese Röhren ausgewechselt. Weil sobald eine Röhre kaputt war, hat er nicht mehr genau gerechnet. Und diese Röhren waren extrem empfindlich. Und man hat das Ganze dann versucht mit einem Trick zu überkommen. Man hat also Hochleistungsröhren genommen, die man nur bei 10% der Leistung betrieben hat. Und man hat spezielle Programme geschrieben, um herauszufinden, wo der Fehler ist. Hier sehen Sie den Speicher. Und hier sehen Sie, diese Röhre ist allerdings nicht verwendet worden. Weil das ist mir später erst aufgefallen. Hier steht, made in Russia. Also das haben die Afrikaner nicht gewendet. Dann kommt der nächste Schritt. Der Transistor. Das ist der Baustein für die integrierten Schaltkreise. Aber es hat auch Computer gegeben, die diskrete Transistoren verwendet haben. Die Geschichte vom Transistor, das stimmt nicht ganz. Die fällt nicht nur 1947 an. Sondern die hat schon eher angefangen. Das erste Patent hat nie ein Feld gehabt. Ich denke, Anfang der 30er Jahre. Und da hatte er die Halbleitermaterialien nicht zur Verfügung. Und das ist der erste funktionierende Transistor, der gebaut worden ist in den Bell Labs. Shockley, Bardi und Bretten. Parallel dazu, fast gleichzeitig, hat es eine deutsche Gruppe gegeben, die darauf gearbeitet hat. Und heutzutage benutzt man nicht diesen Bipolar-Transistor in den Schaltkreisen. Sondern man benutzt einen sogenannten MOSFET-Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekt-Transistor. Und das ist jetzt das Baustein und das geht es in Zukunft. Und das ist das Baustein, das in all Ihren Geräten drin ist. Und jetzt kann man ganz einfach erklären, wie das Bauelement funktioniert. Der hat drei Elektroben, also Source, Drain und Gate. Und wenn ich hier eine Spannung anlege, zwischen Source und Drain, fließt nur ein Strom. Und das wäre dann logisch eins zum Beispiel, wenn am Gate die richtige Polarität der Spannung auch anliegt. Nur dann. Das ist ein ganz einfacher Schalter. Ich halte über diese Spannung hier, lasse ich Strom fließen oder nicht. Das ist ganz einfacher Elektroben. Und Sie sehen hier einen integrierten Schaltkreis 1958. Wurde natürlich auch patentiert. Der war von Köln und Neuss. Der war zwei Zentimeter groß und der hat, wie ich schon gesagt habe, zwei Transistoren erhalten. Und Sie sehen schon, wenn Sie Technologen von heutzutage sind, das Ding schaut nicht sonderlich glaubwürdig aus. Und genauso war es damals auch. Es hat, ähnlich wie im täglichen Leben, es gibt die Optimisten und es gibt die Pessimisten. Die Optimisten haben gesagt, Mensch, das wird eine Technologie. Die Pessimisten, die kannten die Daten, die momentanen Daten, die haben gesagt, das wird nie was. Warum wird es nie was? Weil die wussten, dass zu dieser Zeit die Wahrscheinlichkeit, dass ein Transistor funktioniert hat, ungefähr 50% war. Die Wahrscheinlichkeit. Und dann haben Sie gesagt, okay, jetzt können wir zwei machen. Das ist die Wahrscheinlichkeit ein Viertel. Also das Ganze ist nicht skalierbar. Sie machen keinen integrierten Schaltkreis draus. Das Gute ist, also die Optimisten, die behalten manchmal recht. Und hier sehen Sie zum Beispiel einen IBM Cell Prozessor mit 234 Millionen Transistoren. Heutzutage hat die neueste Generation in der Größenordnung eine Milliarde Transistoren. Also 2011 ist von AMD der Bulldozer rausgekommen, der hat zwei Milliarden Transistoren. Und das Interessante ist, wenn Sie diese analysieren, Sie können nicht alle testen. Das können Sie nicht. Die ganzen Spiele haben Sie gar keine Zeit. Selbst wenn Sie in Nanosekunden testen würden, das geht gar nicht. Sie müssen so Standardtests machen. Aber das sind nur ein paar Hundert sind kaputt. Jetzt müssen Sie sich mal die Genauigkeit sehen. Das sind 99,999999. Das ist eine Qualität, die ist unerreicht. Und jetzt, das war dieser Bereich, wo wir sozusagen sind. Jetzt haben wir uns hier entwickelt, die integrierten Schaltkreisen. Und die Performance, also die Leistung, geht immer weiter nach oben. Und das sind natürlich jetzt dann die Ergebnisse. Die Ergebnisse sind dann ganz kleine Bauelemente oder Devices, die eigentlich nur durch zwei Dinge begrenzt sind. Man könnte sie noch kleiner machen. Das ist der Human Factor. Das sind Ihre Finger und Ihr Auge. Sie müssen das Display lesen können. Die Auflösung ist, die könnte man noch höher gehen. Oder Sie sehen es gar nicht. Und das kann man alles kleiner machen. Aber dann können Sie es nur mit Ihrem Finger bedienen. Und die Batterie. Der Energieverbrauch. Die Batterie ist auch noch das Medierende. Ansonsten könnten Sie das Ding ganz klein machen. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann wird in Zukunft das Unmögliche möglich sein. Und das fängt jetzt an von der Wettervorhersage über Medizin, über Gehirnsimulationen, dass man wissenschaftliche Fragestellungen besonders angehen kann in der Physik, in der Chemie. Sie brauchen keine Crash-Tests mehr machen. Das können Sie rechnen. Und das können Sie glauben. Wo man am schlechtesten sein wird, das ist bei der Wettervorhersage. Und bei der Wettervorhersage hat es nichts damit zu tun, dass man es nicht rechnen kann. Oder dass man die Modelle nicht hat. Das Problem, wenn Sie sich die Erdkugel anschauen, es gibt eine ganze Menge Stellen mit Wasser. Und da sind Ihre Sensoren nicht vorhanden. Da müssen Sie sich auf ein sehr weites Netz. Ihre Daten kriegen Sie von Schiffen oder von ganz wenigen. Während auf Land sind die Stationen ganz gut. Also das ist das Problem. Aber ansonsten könnte man das schon, das wäre schon wunderbar für die Planung. Können Sie sich vorstellen, Sie können das Wetter vier Wochen vorhersagen. Dann haben Sie aber ein Problem. Gleichzeitig mit Ihnen stehen alle am Flughafen. Weil die haben die gleiche Information. Hier sehen Sie jetzt ein Beispiel für die, was noch eine Herausforderung ist für die Zukunft. Sie sehen einen IBM Rechner, das war der erste Rechner, der die sogenannte Betaflop-Barriere durchbrochen hat. 10 hoch 15 Floating Point Operation, also Gleitkomma-Operationen, also Multiplikation und Addition. 10 hoch 15. Und hier sehen Sie eine Zahl, der verbraucht, aber das ist nur die elektrische Leistung. 2,35 Megawatt. Megawatt. Und 1 Megawatt, je nach Umgebung, wo er steht, braucht man noch 1 Megawatt an Kühlleistung. Und heutzutage redet man von Exascale Computing. Exascale Computing, das ist das, was Sie auf der Folie vorher brauchen, um diese Vorhersagen alles machen zu können. Wenn Sie jetzt nicht an der Technologie arbeiten, dann haben Sie, wenn man das einfach skaliert, dann reden wir von 3 bis 8 Gigawatt. Das ist das größte Kernkraftwerk, denke ich, in der Schweiz, in der Leitstadt. 1,1 Gigawatt. Der Drei-Schluchten-Damm in China, je nach Wasserstand, der liefert Ihnen grob 15 bis 20 Gigawatt. Also die Chinesen könnten ein paar solche Systeme direkt hinstellen, und dann können Sie das Wasser direkt wieder reinleiten, lassen Sie das zum Kühlen brauchen. Also die Aussage ist, dass man, wenn es in diesem Schritt, den ich so angezeigt habe, die Kurve hat es dann nach oben gezeigt, wenn wir so weitergehen sollen, dann muss man auf allen Ebenen Leistung sparen. Und natürlich das Element, das Einfachste ist nochmal die Basis, das ist der Transistor. Jetzt habe ich Ihnen kurz sozusagen die Evolution erzählt, und jetzt, was hat eigentlich diesen rasanten Fortschritt? Wer hat das ermöglicht? Und bevor ich das erzähle, will ich kurz ein paar Worte verlieren, wie es die Natur macht und wie es der Mensch macht. Die Natur macht den typischen, man nennt es Bottom-up Approach. Das heißt, er fängt klein an, und das ist auch bei uns so. Der Mensch fängt auch ganz klein an und wächst dann. Das fängt an über DNA und dann werden wir immer größer. Der Mensch, wenn er Sachen herstellt, der fängt an von einem Objekt, das er dann bearbeitet. Und je nachdem, welche Hilfsmittel er zur Verfügung hat, ist er mehr oder weniger erfolgreich. Im industriellen Leben oder auch früher im Überleben, wenn man gekämpft hat mit Holzschwertern gegen Metallschwertern, dann haben wir eben verloren. Wenn der andere die bessere Technologie gehabt hat, um das zu bearbeiten, dann waren wir im Nachteil. Was war der Durchbruch der Schweizer Uhrenindustrie? Präzision in der Bearbeitung. In die Fähigkeit, etwas sehr präzise herstellen zu können. Aber, Mensch, ist verdammt gut geworden, weil wir kommen jetzt hier unten, das ist wieder eine Werbung für uns, ich erzähle doch was über die IBM. Hier hat man Eisenatome auf der Kupferoberfläche positioniert, und was Sie hier sehen, sind stehende Wellen von einem Elektronengas. Dieses Bild finden Sie in jedem Lehrbuch für Quantenphysik. Also das war sozusagen, was Sie mit nach Hause nehmen müssen, ist bottom-up, top-down. Und hier sehen Sie mal, was über die Jahre die Menschheit, wie sie entwickelt hat, kleine Strukturen herzustellen. Hier ist aufgetragen, das ist nicht in Nanometer, sondern in Mikrometer. Hier unten ist der Nanometer. Und ab den, würde ich sagen, 60er Jahren hat sich etwas Drastisches verändert. Der Mensch war plötzlich, hat sich stetig, stetig verbessert. Es hat immer Ausreise gegeben. Hier diese Antiquitera-Maschine, die haben wir in einem gesunkenen Boot vor Griechenland gefunden. Das ist eine hochpräzise Maschine, mit der die Planetenbahnen vorhergesagt werden konnten. Woher die die Präzision hatten, weiß man nicht. Aber hier dieses Gebiet. Und das Schöne ist, ich habe diese Entwicklung, die habe ich voll miterlebt. Und ich erlebe die auch mit. Und keine Generation nach uns wird sozusagen diese weiter erleben. Weil am Atom ist halt letztes Ende von der Auflösung, also jetzt von dem, was man sehen kann, Schluss. Also das ist das Spannende hier. Und diesen Bereich, diesen steilen Bereich, den hat, insbesondere in der Halbleiterindustrie, den hat die optische Lithographie ermöglicht. Und ich nenne das den ersten Wegbereiter für die Informationstechnik. Wie funktioniert optische Lithographie? Ich will nicht ins Detail gehen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Methode. Sie haben hier Substrat. In der Halbleiterei nimmt man eine Siliziumscheibe. Dann bringt man drauf einen Fotolack. Das ist ein Polymer. Und dieses Polymer hat eine sehr gute Eigenschaft. Wenn Sie das belichten, dann kann entweder, also das sind dann zwei verschiedene Polymers, die belichtete, die Stelle, die man belichtet hat, die bleibt entweder stehen, oder wenn Sie den anderen benutzen, dann können die den anderen weglösen. Sie können jedenfalls durch die Belichtung Strukturen erzeugen, die sehr klein sind. Und wie machen Sie das? Sie scheinen Licht durch eine Maske. Und diese Maske wird über eine Linse auf diese Scheibe projiziert. Das ist nichts anderes. Das war das, was ich gerade gesagt habe. Dann haben Sie hier den Fotolack. Das ist die Struktur, die Sie reingeschrieben haben. Das haben Sie herauslösen können. Und dann haben Sie das. Das heißt, diese Struktur hier, die hilft Ihnen. Das können Sie sagen, das ist wie ein Schild. Jetzt können Sie hier weiter prozessieren. Und das werden Sie ein paar Schritte machen. Dann können Sie damit einen gesamten Halbleiter-Wafer oder Mikroprozessor prozessieren. Wie viele Schritte man dazu braucht, das steht hier. Für die Fabrikation von einem High-End-Prozessor braucht man 25 bis 30 solcher Lithographie-Schritte. Hunderte von individuellen Schritten. Wenn Sie bei dieser Maske einen Fehler machen und Sie stellen das raus, der stellt sich erst nach drei Monaten raus oder nach einem halben Jahr, dann haben Sie das Rennen verloren gegen Ihren Mitkonkurrenten. Sie können das nicht so schnell mehr aufholen. Und deswegen ist die Halbleiter-Industrie auch eine sehr konservative Industrie. Ich erzähle Ihnen später was mit Materialien. Und es gibt hier Kontroll, Kontroll, Kontroll. Und Yield, also die Ausbeute ist was ganz wichtiges. Weil mit der Ausbeute ist es ganz einfach. Wenn Sie hier so einen Wafer verschießen, dann ist der weg. Und heutzutage bei den Standardprozessen erreichen die 90-95% bei den besten nicht an den Grenzen der Technologie. Da ist es deutlich weniger. Jetzt kommt ein kleines bisschen Physik. Das haben Sie ja schon verstanden. Source, Drain, Gate entscheidet, ob hier Strom fließt oder nicht. Es gibt zwei Arten von Transistoren. Der eine, man nennt es einen PFAT mit einer N-FAT, wie positiv und negative live. Da wird sich ja oben mal sehen, wie präzise der ist. Hier dieses Stückchen hier, von hier nach hier, ist 33 Nanometer. Schauen Sie sich mal an, wie schön der ist. Wie präzise der fabriziert ist. Und was ganz wichtig ist, so ein Transistor hat eine physikalisch definierte Steigung. Kleiner als dieser Wert, das ist diese Steigung hier, 60 Millivolt pro Dekade. Kleiner geht es nicht. Größer geht es immer. Aber das entscheidet auch, welche Spannung Sie benötigen zum An- und Ausschalten. Wenn diese Steigung steiler wäre, dann können Sie wesentlich schneller den Brandunberg bei wesentlich geringerer Leistung schalten. Und was heißt jetzt CMOS? CMOS heißt Complementary und das beruht darauf, dass man zwei Paare von Transistoren benutzt. Und das eine ist ein N-FAT und ein PFAT. Und bei der gleichen Spannung ist immer nur einer an. Und Metall-Oxyd-Semalkontakter, das ist sozusagen hier oben die MOS-Struktur. Jetzt wissen Sie, was heißt hinter dem Wort CMOS ist nicht viel. Es sind zwei Transistoren. Der eine ist N und der eine ist P. Und ich habe Ihnen gesagt, das erste war die optische Lithographie. Mit der optischen Lithographie konnte man Strukturen erzeugen, die klein sind, Größenordnung von der Lichträdlänge, durch Tricks wesentlich kleiner. Der zweite Wegbereiter war genau dieser Transistor. Dieser Transistor hat eine wunderbare Eigenschaft. Das hat man erkannt und hier ist wieder Werbung. Bob Dennert von der IBM hat erkannt, dass wenn man das Original-Device hier alle Größen, alle relevanten Größen um den gleichen Faktor skaliert, dann verhält sich dieser kleine Transistor elektrostatisch oder vom elektrischen Feld her genauso wie der Große. Hatte einen riesen Vorteil für die Ingenieure, weil die konnten genau projizieren. Und das war der Grund auch für Moore's Law. Die konnten genau sagen, das kann ich, das kann ich, das kann ich. Ihr müsstet nur sozusagen die Lithographie und die technologischen Schritte bereitstellen. War eine wunderbare Sache. Hatte für die Zukunft leider auch Nachteile, weil ab dem Moment, wo man weiß, ich kann was skalieren, vergisst man das Denken. Und man beginnt dann erst wieder das Denken, wenn ich in ein Problem renne. Und dann auf einmal ist Hektik. Dann auf einmal ist großes Windhundrennen, weil jetzt geht's drum. Früher war es ja einfach. Da musste ich ja bloß schauen, was mein Konkurrent macht. Der kauft die Maschine, kauf ich auch. Das war relativ einfach. Jetzt geht's drum um Innovation und neue Konzepte. Und hier, das ist nochmal zusammengefasst. Was macht hier, sind die Skalierungsgrößen. Was sind die Ergebnisse? Man kriegt eine höhere Dichte. Dadurch, dass es kleiner ist, werden sie schneller. Die Leistung im Hochschaltkreis, die geht runter. Aber die Leistungsdichte ist konstant. War wunderbar. Und das hat sehr lange Zeit gehalten. Und hier sehen Sie schon, das ist dieses Bild hier. Hier sehen Sie oben zwei. Das ist oben der Metalltraum. Und natürlich, was ist die Triebkraft dahinter gewesen? Die Triebkraft ist was ganz Einfaches gewesen. Kleinere Strukturen geben bessere Leistung und bessere Kost pro Funktion und mehr Anwendungen. Und dadurch gibt's einen größeren Markt. Und in den 60er Jahren war der Markt eine Milliarde. Heutzutage ist der Komponentenmarkt immer bei 300 Milliarden. Aber Sie sehen schon, hier sehen Sie die Strukturgröße, das kleiner geworden ist. Hier sehen Sie das hochgegangen ist. Aber, natürlich, und das gilt auch für das murische Gesetz, es ist auch kein Gesetz. Kein exponentielles Gesetz geht ewig. Das ist ganz einfach. Das geht nur am Investmentmarkt. Und das war dazu geführt, dass die Anzahl der Transistoren gestiegen ist. Hier sehen Sie den ersten, den 4004 von Intel. der hatte 1971 2300 Transistoren. Und da hatte die Firma Intel, das war eine kleine Firma in Mountain View, der hatte den Auftrag bekommen von einer japanischen Firma, dass sie ein Chip macht für einen Taschenrechner. Und jetzt haben sich die Intel-Designer ausgedrungen, dass es doch ein bisschen mehr flexibel sein darf. Und das war die Geburtsstunde von den Mikroprozessoren. Und jetzt weiß ich nicht mehr welche. Der 8008 oder der 8080, ich weiß es nicht. Das war der erste, der im IBM BC eingesetzt wurde. Und heutzutage, wie ich schon gesagt habe, sind wir da oben. Und das Interessante ist, die Lithographie, die liefert immer noch Density-Scaling. Das geht immer noch weiter. Jetzt erzähle ich ein bisschen was über die Halbleiter-Industrie, von der Transistor-Generation entwickelt hat. Und was Sie hier sehen, das ist die Zeitskala und hier ist der Technologie-Knoten. Der Technologie-Knoten heißt etwa 65 Nanometer, 45, 32 Nanometer-Knoten. Das ist eine charakteristische Strukturgröße, kann zum Beispiel das Gate sein. Und hier sehen Sie sehr schön nochmal 35 Nanometer-Gate-Länge. Und hier sehen Sie einen Transistor, den man mit den damals 2002 besten zur Verfügung stehenden Methoden mit IBM-Lithographie, mit Elektronenstrahlithographie hergestellt hat. Und da sehen Sie schon einen Unterschied. Wenn Sie klein werden, wandert eben die Herstellungsgenauigkeit, die Präzision, die weicht ab. Und wenn Sie den Transistor anschauen und den Benachbarten, also den N-Fed und den Benachbarten P-Fed, dann schaut er identisch aus. Wenn Sie den und den Benachbarten anschauen, dann schaut das aus. Also dann wird das hier der Zwillingsbruder und der andere ist ein weit entferner Verwandter. Und wenn man sich diese Charakteristik anschaut, dann sagt der normale, der Bürger sagt, super, du siehst ja einen Transistoreffekt. Ja, man sieht den Transistoreffekt, aber dieser Transistor, der Strom sättigt nicht. Und gleichzeitig haben Sie das Problem von der Bauteilvariabilität. Und was passiert jetzt, wenn man das Ganze sozusagen immer kleiner macht? Dann passiert Folgendes. Die Spannung konnte ich, oder die konnte die Technologie dadurch, dass sie weiterhin Silizium benutzt, nicht in dem entsprechenden Maß runter skalieren. In den 70er Jahren hat man von Spannungen von 20 Volt geredet, das war relativ einfach. Letztlich und endlich können Sie die Spannung nicht kleiner machen als halber Bandabstand und das ist bei Silizium 0,5, 0,6 Volt. Können Sie nicht machen. Dann, die Oxidtücke konnten Sie auch nicht skalieren. Jetzt nochmal zur Thema Nanotechnologie. Diese 90 Lagen, das sind 20 bis 30 Nanometer. Für die Halbleiterei, die schon seit 40 Jahren ist die Nanotechnologie. Und jetzt reden wir von vier Atomladen. Und das schaut dann ungefähr so aus. Hier sehen Sie den Transistor. Und das ist diese Schicht, die hat 11 Angströmen. Und diese 11 Angströmen, also diese 1,1 Nanometer, die müssen Sie auf einem 300 Millimeter Wafer konstant halten. Wenn Sie das nicht machen, und irgendwo haben Sie einen Gradienten drin, dann können Sie die eine Hälfte einfach weghauen. Aber hier sehen Sie, die Spannung konnte man nicht entsprechend skalieren. Die Oxidtücke konnte man auch nicht entsprechend skalieren. Und infolgedessen ist der Leistungsverbrauch nicht mehr konstant. Der wird heißer. Der Computer ist eigentlich fast immer an. Und das sehen Sie hier. Hier sehen Sie die Abweichungen von dem klassischen Scaling-Gesetz. Hier sehen Sie, wie weit Sie runter müssten in der Spannung. Aber hier sind Sie jetzt einfach festgelegt durch das Halbleitermaterial. Und das kennen wir alles, das habe ich schon gesagt. Das Problem ist, dass man eine Zunahme hat in der Leistungsdichte. Hier sehen Sie nochmal die Gate-Länge. Das war der Off-Strom und das war die aktive Power. Und jetzt ist das Device fast kontinuierlich an. Und das hat auch dazu geführt, dass diese Extrapolation, auch hier wieder ein exponentielles Gesetz, dass das Ganze nicht weitermachen konnte. Man musste letztendlich aufhören mit der Steigerung der Klopffrequenzen, weil die Kosten für die Kühlung zu groß wurden. Insbesondere für Konsumeranwendungen. Das sehen Sie ja alle. Wer von Ihnen noch einen neuen Desktop hat, den man gekauft hat, der sollte man bitte aufmachen und dann sieht er was auf seinem Mikroprozessor für ein Kühlelement drauf. Ein riesen Ding. Der Mikroprozessor ist klein, der Kühlelement ist groß. Könnten Sie nie hier rein tun. Die Frage ist, wohin geht es? Das ist ein Bild, das ist in der Halbleiterindustrie. Das ist diese klassische Red-Brick-Wall. Die sagt man immer, also diese Red-Brick-Wall, die hat es schon vor 20 Jahren gegeben. Da haben die IBM Prominent vertreten und gesagt, dass man es garantiert nicht kleiner machen kann. Also die Mauer hat man dann ein bisschen weiter weggeschoben. Und man hat jetzt momentan eine Unstetigkeit. Also in der Vergangenheit hat die Skalierung die Kosten klein gehalten und die Skalierung die Leistung erhöht. Man war sozusagen limitiert durch die Performance und die aktive Leistung hat alles dominiert. Und jede Firma hatte ihre unabhängige R&D. Heutzutage ist es ein bisschen anders. Das Interessante ist, Scaling geht weiter. Es ist weiterhin verantwortlich für, dass die Kosten darunter sind. Aber Material und Device, also Bauteilinnovationen, treiben die Performance. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass man darüber nachdenken muss. Man ist leistungslimitiert, der Stand-by dominiert und fast alle Firmen machen kollaborativ R&D. Außer Intel. Außer Intel steigen nur allein das Ganze ab. Und jetzt rede ich ein bisschen über die Material- und Device-Innovation. Ich zeige, wie es weitergeht mit dem Scaling. Und da kann ich auf Zeitgründen jetzt nicht eingehen. Wenn Sie hier, ich habe es genannt, Breaking from the Past Innovation, also Tribe to Performance. Das ist jetzt so ein High-Level-Chart. Hier sehen Sie den Technologieknoten, 180 Nanometer, 130, 90 und so weiter. Und jetzt habe ich zwei Farben hier. Das eine, das Blaue, das ist der Gewinn, den man gemacht hat durch die traditionelle Verkleinerung. Und das Gelbe ist der Anteil, den Sie reinstecken mussten, damit Sie das, was Sie erwartet haben durch die Miniaturisierung, wieder bekommen haben. Und Sie sehen, das Verhältnis hat sich umgekehrt. Also hier ist mehr als 90 Prozent Innovation. Das heißt, wenn Sie das Ding verkleinern, dann machen Sie es erst einmal schlechter, also von dem, was Sie erwartet haben. Und dann müssen Sie Glimzige über Glimzige machen, damit Sie das Ganze bringen und die erwartete Performance bekommen. Und was müssen Sie dafür tun? Und hier sehen Sie mal so technologische Durchbrüche, die die Halbleiterindustrie verwendet hat. Jetzt, wenn Sie als Nicht-Experte drauf schauen und sagen, ja okay, was sollte hier der Durchbruch sein, wenn ich Kupfer, wenn ich das Aluminium durch das Kupfer ersetze. Weil ursprünglich hat man Aluminium verwendet. Was ist denn hier der Durchbruch? Das habe ich in meinem Physikunterricht gelernt, dass Kupfer die bessere Leitfähigkeit hat. Also sollte es in dem Fall den besseren Widerstand haben. Das Problem liegt mit der Technologie, wenn Sie Kupfer auf Silizium bringen, dann diffundieren die Kupferatome blitzschnell durch ihren gesamten Wälder. Und diese Bauelemente wären nicht stabil. Der Trick hier war, dass man Barriere-Schichten entwickelt hat, die dieses verhittert konnten und dass man das Ganze in einem Zemos-Prozess herstellen konnte. Dann Silizium auf dem Isolator. Das ist eigentlich auch, wenn man es im Nachhinein betrachtet, relativ einfach. Je weniger Silizium Sie benutzen, desto weniger Kapazität haben Sie. Das ist relativ klar. Strain-Silicon. Hier wird das Silizium durch Aufbringung von anderen Schichten verstreckt. Dadurch verändert man die elektrischen Eigenschaften und kann die Stromtragfähigkeit von Silizium verändern. Dual-Core kennen Sie. Inversions lithographie. Wenn man den Chip abkühlt, kann man schneller machen. High-K, also Materialien mit einer hohen elektrischen Konstante. Und das sind so Entwicklungen, die sich jetzt in der Halbleiterindustrie eingeführt hat. Und die wurden von der Technologie in Zusammenarbeit mit der Forschung eingebracht. Wenn Sie hier eine technologische Roadmap haben, dann brauchen Sie auch eine wissenschaftliche Roadmap. Die muss parallel dazu gehen. Sie müssen von der Wissenschaft her Fragen oder Dinge angehen, die in Zukunft vielleicht hier in der Technologie der begrenzende Faktor sein können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Über diese Carbon-Nanotubes haben Sie sicher schon gehört. Das sind diese Carbon-Röhrchen. Diese Röhrchen haben extrem gute Eigenschaften in Bezug auf elektrische Leitfähigkeit. Man könnte damit Transistoren bauen, das haben wir schon gezeigt, die besser sind als die momentane Silizium-Transistoren. Der Nachteil ist, diese müssen Sie platzieren. Beim Silizium können Sie über die Photolithographie wachsen. Diese gibt es als Leitfähig und als Halbleitend. Sie wollen aber nur die Halbleitenden. Also müssen Sie vorher extrem gut selektieren. Und die Zahl haben wir schon genannt, 99,999999. Es gibt bis jetzt keine chemische Methode, die das erreicht hat. Nichtsdestotrotz gibt es starke Programme bei uns, um sozusagen diese Materialien dann in Zukunft fertig zu haben. Für, wenn wirklich mal Silizium an der Grenze ist. Und manchmal, und das ist das, die Forscher sind ja manchmal in Deutsch, bauen Sie doch einen Super-Transistor. Und der Super-Transistor hilft aber nichts. Wir wissen ja jetzt mittlerweile, wie viele Transistoren man bauen muss. Man muss das Ganze auch technologisch machen können. Aber dann manchmal gibt es dann doch Elemente, wie zum Beispiel Self-Assembly, die dann Eingang finden. Zum Beispiel hier beim Backend-of-Line. Material-Innovationen. Material-Innovationen, wenn Sie sich hier anschauen. vor den 90er Jahren, und Sie sehen, Sie haben Materialwissenschaft studiert. Dann sagen Sie, naja, in die Halbleiterei gehe ich nicht. Weil schauen Sie sich das mal an. Dann haben Sie einen Halbleiter, das ist Silizium. Dann haben Sie Phosphor für N, Bohr für P. Dann haben Sie den Sauerstoff, dann würden wir einen Isolator draus machen. Aluminium zum Wirring und Wasserstoff zum Passivieren. Wo ist denn hier die Spannung? Was ist denn hier spannend? Hier ist eigentlich nichts spannend. Das ist aber genau das, was die Technologie will. Die Technologie will nämlich spannende Sachen. Die will limitiert die Elemente, wo man genau weiß, was passiert. Allerdings hat sich dann in den 90er Jahren, seit den 90er Jahren, hat sich mehr entwickelt. Das habe ich schon erzählt. Kupfer. Dann brauchte man die Barrierenmaterialien für das Kupfer. Dann haben wir ein höheres High-Cake gemacht. Dann haben wir geätzt. Aber es ist immer noch für einen Materialwissenschaftler nicht sonderlich spannend. Ja, es wird schon seit 2006 ein bisschen aufwendiger. Und was insbesondere auch dabei ist, es sind auch die seltenen Erden dabei. Und die Materialinnovationen, die sind gut rein von der Wissenschaft her, die machen aber Komplexität und die machen Kosten. Und diese Kosten sind auch ein Grund, weshalb diese R&D-Allianzen sich aufbauen. Ganz einfach, um die Kosten für den Technologieknoten gering zu halten. Weil wenn Sie heutzutage einen Knoten entwickeln wollen, der kostet Ihnen mindestens eine Milliarde. Der nächste Technologieknoten. Minimum. Und die Kosten sind, wenn Sie jetzt von 32 auf 22 Nanometer, also eher 2, werden. Und wenn Sie von 22 auf 14 Nanometer gehen, dann nochmal mehr. Je kleiner Sie werden, das ist das zweite Bursche-Gesetz. Also es gibt die exponentiellen Kostensteigen auch. Was geht jetzt auf der Device-Seite? Welche Innovationen gibt es hier? Das ist jetzt wirklich ganz vereinfacht. Das ist wieder unser Transistor, das ist der konventionelle. Wird nur von einer Seite kontrolliert das Gate den Kanal. Das heißt, das ist eine planare Technologie. Jetzt gehen wir in die dritte Dimension. Das wäre das sogenannte FinFed. Oder man kann noch einen Schritt weiter gehen. Und man geht in die Drahtgeometrie. Und hier haben wir jetzt auch wieder eine Paradigmen-Schrift. Man geht von der planaren Seite in die dritte Dimension. Und das ist ein sehr riskanter Schritt, weil das beeinflusst wieder Ihren Gild. Hier haben Sie alles im Griff. Diese Strukturen beherrschen Sie. Aber diese Strukturen haben einen Vorteil. Das geometrische Skalium kann man weitermachen. In so einer Nanowire-Struktur können Sie den Faktor 2,3 besser skalieren. Ist natürlich sehr schwierig herzustellen. Aber Intel hat im Mai dieses Jahr ein FinFed an 3Gate hergestellt. Hier sehen Sie diese Finne. Und außen ist sozusagen das Gate außenrum. Und das ist recht verständlich. Wenn Sie hier das Gate außenrum haben, dann haben Sie hier Stromfluss und hier Stromfluss. Und oben auch noch ein bisschen. So haben wir also bei den gleichen Transistors einen besseren Stromfluss. Wenn Sie einen besseren Stromfluss haben, können Sie schneller schalten. Wenn Sie besseres Gate-Control haben, können Sie die Charakteristik hier steiler machen. Das ist momentan die Technologie, die Intel bevorzugt für den 22 Nanometer Knoten. Wir bei der IBM Forschung haben gezeigt, dass man Transistoren bauen kann. Die können bis zu 5 bis 8 Nanometer herunterskaliert werden. Und da sehen Sie hier die Beispiel, die Gate Length ist 1,5 mal von dem Durchmesser. Und dass diese Strukturen dann auch funktionieren, das sieht man hier. Fast ideale Streichung. Und hier sehen Sie den Faktor 2,3 bessere Skalierbarkeit. Und das wird, wenn man den kostengünstig herstellen kann, mit der entsprechenden Reproduzierbarkeit, wird das der Grundstein sein, damit die Skalierung weitergeht, weit über den 22 Nanometer Knoten hinaus. Wir sehen also, diese rote Wand verschiebt sich also. Und diese rote Wand verschiebt sich immer dann, wenn man an technologische Grenzen stößt. Wenn Sie an physikalische Grenzen stoßen, dann können Sie es nicht mehr machen. Aber wenn es nur eine technologische Grenze ist, dann ist es im Rückwärts, ja wenn ich das gewusst hätte. Und wie schaut es dann aus mit unseren Transistorzahlen? Beim 32 Nanometer Knoten kommen wir in diese Größenordnung. Und was ich hier gezeigt habe, das Grün ist in der Produktion, Blau ist in der Entwicklung und Rot, das ist die Forschung, wo wir jetzt momentan dran sind. Und Sie sehen, beim 11 Nanometer Knoten haben Sie 26 Milliarden Transistoren. Und wenn wir jetzt noch die 3D-Integration, die kommt, in Betracht ziehen, dann können Sie 100 Milliarden Transistoren haben in einem Mikroprinzessor. Jetzt sagen Sie, ha, lieber Herr Ries, ich habe aufgepasst. Sie haben mir vorher erzählt, das Ding wird warm. Jetzt machen Sie das Ganze, stecken Sie das Ganze, dann irgendwas passt nicht. Absolut richtig. Wenn Sie diese Dinge stecken und richtig übereinander bringen, dann müssen Sie Embedded Liquid Cooling machen. Sie müssen sozusagen Flüssigkühlung machen. Und das ist eine Methode, die funktioniert. Das hat keiner von uns gemerkt. Die damaligen Bipolar-Rechenzentren sind alle im Wasser gekühlt gelaufen. Aber natürlich jetzt nicht auf dieser Ebene, wo man dann durch Mikrokanäle Wasser durchführt. Das ist die Zukunft. Muss man sich überlegen, wenn man es hier macht. Aber dafür gibt es auch andere Konzepte. Und diese hier, das erfordert dann neue Device-Eigentüren, wenn Sie noch kleiner machen wollen. Jetzt die Herausforderungen für das zukünftige CMOS ist, dass man natürlich diese Skalierung weiter treibt, ohne dass man die Leistungsfähigkeit beeinflusst. Und, das habe ich Ihnen schon erwähnt, dass diese Variabilität der Bauelemente, die darf nicht dazu führen, dass Schaltkreise, die Sie entwickelt haben, für einen Technologieknoten mit einer größeren Struktur, dass der unten bei kleineren Strukturen nicht möglich ist. Und dann noch ganz kurz, wie kann ich die Leistung reduzieren. Das hier gibt einen schönen Überblick. Das sind keine aktuellen Zahlen. Insbesondere die Jahre sind ein bisschen falsch. Das war ein Buch, Caspar Paul, aber er zeigt sehr schön, hier sind die Zahlen richtig. Geldlänge 20 Mikrometer Volt, 20 Volt bei 2018 oder jetzt 8 Nanometer, hat man dann 8 oder 5 Nanometer. Das sind Sie bei dieser kleinen Spannung. Und jetzt kommen, sehen Sie sich, wie sich die Spannung entwickelt hat. Auch das ist das Entscheidende jetzt. Hier sehen Sie die Anzahl von Atomen, die Sie in Ihrem Kanal haben. Und jetzt wissen Sie alle, dass wir unseren Halbleiter, muss man ja leitfähig machen, wir dotieren ihn ja. Aber man hat also hier ein kleines Problem. In dieser Struktur sind nur noch 5 Atome. Und jetzt sind wir leider durch den Prozess, jetzt sind wir auch wieder durch die Physik. Es gibt immer eine Standardverteilung, die Sie haben. Und dann können Sie jetzt, der eine hat 5, der andere hat 5 plus Wurzel 5. Und der andere hat 5 minus Wurzel 5. Jetzt sind das aber keine marginalen Unterschiede, sondern das sind drastische Unterschiede. Das ist ein Problemchen, über das müssen Sie nachdenken. Und es ist nicht nur die Zahl, sondern es ist auch die Position von den Dotierungsatomen. Weil wenn die sich jetzt alle so freundlicherweise da vorne hinlegen, dann hilft mir das da hinten. Dieses Bauelement ist auch anders. Also Sie müssen am Schluss, der Trink ist ganz einfach, Sie müssen ohne Dotierung auskommen. Als nächster Grund für die Lithographie, das haben Sie schon gesehen, wie Sie mir den 6 Nanometer Transistor gezeigt haben. Der war so windschief da gestanden. Das ist das Problem mit, man nennt das Lineage Raffnis, bedingt durch die optische Lithographie. Man kann das nicht messerscharf schneiden. Es ist ein technisches Problem. Das war jetzt vor 3 Jahren oder 4 Jahren nicht wie ich das erste Mal gehabt habe, waren das 80 Angst drin. Mittlerweile ist man schon bei 30 Angst drin. Das ist ein technologisches Problem. Kann man lösen. Aber solche Rauigkeiten, das ist unabhängig vom Material, das ist begeben durch die Lithographie. Leistungsverbrauch von einem Transistor. Denkt jeder, kennen wir, haben wir in der Schule gelernt, Leistung ist CV Quadrat. Und natürlich, weil wir das ganze Entladen, B und Entladen mal die Frequenz. Das ist die Frequenz, je nach Schaltkreis, ist die direkt proportional zur Spannung. Das heißt, die Leistung, die Sie umsetzen, die ist hier, geht mit der dritten Potenz ein. Wenn Sie also die Spannung um den Faktor 2 reduzieren können, dann haben Sie einen Faktor 8. Können Sie den Transistor von momentan 1 Volt auf 100 Millivolt runter reduzieren. Dann haben Sie den Faktor 1000. Dann sind Sie beim Exascale vor 3. Den hat man auch nicht, aber es gibt große Programme bei allen Firmen, die versuchen, Bauelemente oder zumindest Schaltkreise zu bauen, die bei niedriger Spannung funktionieren. Natürlich müssen Sie auch den Spruch liefern. Und das ist nicht einfach. Also, das ist einer der Hebel. Welche Technologien, wie geht es denn jetzt weiter? Und das ist jetzt so sozusagen auf der Zeitskale geplottet. Hier sehen Sie als nächstes, jetzt sage ich, kann kommen, die heterogene Integration. Das heißt heterogen, man nimmt eine Silizienplattform und man bringt ein anderes Material auf diese Silizienplattform. Warum nimmt man die Silizienplattform? Die Silizienplattform ist billig. Das andere ist teuer und das verwenden Sie nur in dem Bereich, wo Sie die High-Performance brauchen, wo Sie die gute Leistung brauchen. Hier haben wir das Problem von den Kosten. Und zwar von den Kosten und wieviel Technologieknoten kann mir diese Technologie noch Geld bringen. Wenn ich die bloß für einen Knoten noch verwenden kann, dann wird sich dieses Investment kaum rendieren. Das nächste sind neue Bauelemente, die anders funktionieren als der MOSFET. Anders funktionieren als der MOSFET heißt, Sie haben eine steilere Charakteristik. Wenn Sie eine steilere Charakteristik haben, dann können Sie mit einer geringeren Spannung arbeiten. Hier haben Sie das Trick mit einer geringeren Spannung gemacht, dadurch, dass Sie das Material geändert haben. Das sind gängige Materialien, die man kennt, auch von Leuchtdioden zum Beispiel. Die werden dort verwendet. Solche drei Fünfermaterialien werden auch verwendet in hocheffizienten Solarzellen. Also es ist nur in der Logik hat man das verwendet, weil insbesondere, wenn man klein ist, es heißt so schön Gottgefer Silikon. Und was ist das Schöne vom Silizium? Das Schöne vom Silizium ist, es sind drei Dinge. Das ist ein Halbleiter mit einem vernünftigen Bandabstand. Man kann es, also Elektronen, also positiv und negativ leidend machen. Und man kann aus dem gleichen Material einen Isolator machen. Siliziumdioxid. Das ist eine wunderbare Sache. Sie können dieses Material, und das ist das Schöne von der Lithographie, Sie können dieses Material leicht fähig machen, für Elektronen, für positive und Sie können mit einem einfachen Oxidationsschritt machen Sie auf einmal Ihr Gate rüber. Und es gibt kein anderes Material, das so technologiefreundlich ist, wie zum Beispiel das Germanium. Germanium macht Ihnen flüchtige Oxide. Oder meistens macht Ihnen flüchtige Oxide. Es gibt schon ein stabiles, bloß den Punkt müssen Sie es erst einmal treffen. Bei Silizium gibt es eine eindeutige Lösung. Und bei den drei Fünfern, da gibt es das Problem, nachdem drei Fünfer polare Kristalle sind, was haben wir immer an der Oberfläche? Da haben wir dann mehr Defekte oder weniger. Und wenn Sie das immer kleiner machen, das was ich am Anfang erzählt habe mit dem Gold, dass die Oberfläche sozusagen dann das Verhalten dominiert, das ist genau hier. Wenn Sie das Ding immer kleiner machen, dann bestimmen Ihnen genau diese Defekte an der Oberfläche, und Sie bestimmen Ihnen Ihr Bauteil. Wenn Sie hier eine Lösung haben, dann setzen wir uns zusammen. Jetzt ganz kurz, weil ich nicht viel mehr erzählen, das sind Ansätze, die auch von uns im Labor verfolgt werden, um so eine steile Charakteristik zu sehen. Hier sehen Sie den Transistor. Hier sehen Sie so einen Steep Slope. Aber Sie sehen schon hier an dem Aufbau, dass der ein bisschen komplizierter ist als der konventionelle MOSFET. Aber wenn der das Potenzial hat für eine gute Performance, dann würden Sie auf einem Chip eigentlich nur 1% von solchen Bauelementen brauchen, die für die gute Logik verantwortlich wäre. Carbon-Based Electronics. Hier sehen Sie den Waschendrahtzaun. Und da kommen wir von Graphit. Eigentlich ist das eine Graphen-Schicht. Und da können Sie, wenn Sie da was rausschneiden, dann können Sie die Backmünster Full Arena bauen, dann können Sie die Carbon-Nano-Dubes bauen und ein einzelnes Sheet, das wäre Graphit. Da hat es zwei Weltreise gegeben, eine 1996 und den jetzt für 2010. Was hat dieses Material? Dieses Material hat, und das sind jetzt Carbon-Nano-Dubes, hervorragende Eigenschaften. Hier haben wir zwei Transistoren auf die gleiche Carbon-Nano-Dubes gebaut, weil sie ganz einfach so lang ist. Und einmal mit 15 Nanometer Gate und einmal mit 175 Nanometer. Und die Steigung hat sich nicht verändert, also man hat keine Kurzkanaleffekte. Das ist ein sehr gutes Ergebnis. Graphen ist jetzt in aller Munde. Das ist ein Material, das außergewöhnliche Eigenschaften hat und das vielleicht in Zukunft auch Eingang findet in die Nano-Elektronik. Nur eins darf man nicht vergessen. Egal welches Material ich nehme, wenn ich einen Feldeffekt-Transistor aus diesem Material baue, dann bekomme ich 60 Millivolt pro Dekade. Sie müssen schon einfallsreicher sein. Weil das sind Sie bestimmt durch die Physik. Molekulare Elektronik. Einzelne Moleküle benutzen, um als funktionelle Building, also als Bausteine in elektronischen Schaltkreisen. Was man bisher zeigen konnte, das ist auch das Ergebnis aus dem Labor in Zürich, man konnte zeigen, dass man ein einzelnes Molekül hin- und herschalten kann von einem leitfähigen, von einem nicht-leitfähigen, in einem leitfähigen Zustand. Ein einzelnes Molekül. Aber jetzt haben Sie ja gut aufgepasst. Jetzt sagen Sie, lieber Herr Ries, und wie wollen Sie das Ganze skalieren? Da kommt eine ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Aber allein das Element, es funktioniert. Und hier, das ist jetzt sozusagen, wie geht es weiter? Wie geht die Zukunft weiter? Sie brauchen jetzt sozusagen sich keine Sorge machen. Sie müssen sich weiterhin Ihren Computer kaufen. Die Skalierung geht weiter. Die Bauelemente werden eine Nanowire genutzt, also eine Betragsgeometrie haben. Eventuell kommen drei Fünf-Materialien, Bauelemente, die eine steilere Charakteristik haben. Und in Zukunft kommen eventuell Bauelemente aus Carbonanodioxid und Graphen. Das Ganze ist hier die Zeitskala. Die Skalierung geht weiter. Es ist kein Ende der Roadmap. Wenn es nach der geometrischen Skalierung nicht mehr weitergeht, dann wird es über funktionelle Skalierung gehen. Dann verknüpfen wir Bauelemente, nämlich Logik und Memory, miteinander. Und das ist mein globaler Technology Outlook. The best way to predict the future is to invent it. Und there's still plenty of room at the bottom. Und deswegen hat die IBM in Zürich jetzt ein neues Nanotech Center gebaut, hat am Standort Zürich für 90 Millionen so ein Gebäude hingestellt, wo wir in Zusammenarbeit mit universitären Partnern oder auch mit der Industrie genau eben diese Probleme und diese Herausforderungen in Angriff nehmen. Damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und gerne beantworte ich Ihre Fragen. Applaus Vielen Dank.